Christian Wilhelm Allers war ein deutscher Zeichner, Maler und Illustrator, der besonders durch naturalistische Porträts und Alltagsszenen sowie Darstellungen aus dem Leben der Marinesoldaten und durch seine Bücher über Bismarck bekannt wurde. C. W. Allers wurde 1857 als Sohn eines Kaufmanns in Hamburg geboren. Er war dort zunächst als Lithograph tätig, wechselte aber 1877 nach Karlsruhe, wo er zunächst weiter als Lithograph arbeitete. In der Kunstakademie Karlsruhe nahm er Unterricht unter anderem bei Ferdinand Keller. In den Jahren 1880 und 1881 diente er bei der Marine in Kiel und wurde dabei von Anton von Werner protegiert. In Kiel lernte er auch Klaus Gott kennen, den er oft traf und gelegentlich porträtierte. Bekannt wurde er 1888 durch seine Mappe Club Eintracht. Es folgten bald weitere erfolgreiche Mappen und illustrierte Bücher, sodass er sich um 1890 ein Haus in Karlsruhe und 1892 eine Villa auf Capri bauen konnte, dort lebte er viele Jahre. Seine Villa wurde von vielen deutschen und ausländischen Prominenten besucht. Im Herbst 1902 kam es aber zu einem Eklat. Er wurde der Pederasti beschuldigt und 1903 von einem italienischen Gericht zu vier und einhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Alas floh und reiste mehrfach um die Welt. Er malte weiter und verdiente seinen Lebensunterhalt vor allem durch Porträts. Er starb im Jahre 1915 kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland. Künstlerische Einordnung C. W. Alas war ein Naturalist. Er zeichnete seine Motive sehr detailreich und realistisch, ohne dabei eigene Gefühle einzuarbeiten. Beim Betrachter können aber durch den Inhalt der Werke doch Bewegungen aufkommen. Etwa durch die Darstellung von sozialen Gegensätzen oder den Folgen des Alterns. Er nahm sich allerdings die Freiheit, Gesichter ihm bekannter Personen in andere Szenen einzubauen, in diesem Sinne ist er kein Realist. Technisch arbeitete Alas viel mit Bleistift und mit Kreide. Auch seine farbigen Werke sind in der Regel auf Grundlage einer Bleistiftzeichnung entstanden, die später koloriert wurde. Thematisch lassen sich seine Arbeiten in folgende Bereiche gliedern. Alltagsszenen Reiseerzählungen Darstellung bedeutender Persönlichkeiten Porträts als Auftragsarbeiten Bildmappen und illustrierte Bücher Als Autor oder Herausgeber 1885 aus Kamerun Ein Bilderbuch für kleine und große Kinder 1885 Allerlei Unpoetisches 1887 Hinter den Kulissen des Circus Renz 1887 Hamburger Bilder 1887 Der Mikado 1888 Club Eintracht Eine Sommerfahrt 1888 Hinter den Kulissen 1888 Bunte Welt 1889 Eine Hochzeitsreise durch die Schweiz 1889 Spreatener Berliner Bilder 1890 Die Meininger 1890 Die Silberne Hochzeit 1891 Unsere Marine 1891 Bakschisch Erinnerungen an die Reise der Augusta Victoria in den Orient 1891 Der Amateurfotograf 1892 Capri 1892 Fürst von Bismarck in Friedrichsruhe 1893 La Bella Napoli 1895 Unser Bismarck 1895 Im Ratsweinkeller zu Hamburg 1896 Hochzeitsreise nach Italien 1897 Das Deutsche Jägerbuch zusammen mit Ludwig Ganghofer herausgegeben 1898 Rund um die Erde 1898 Unser Bismarck Gedächtnisausgabe 1900 Unter deutscher Flagge 1902 Das Deutsche Korpsleben Nach Drucke gibt es zu den Werken Bakschisch Capri Das Deutsche Jägerbuch Spreatener Unsere Marine Als Illustrator 1887 Anna Lindau Neue Märchen Verlag Schottländer Breslau 1887 F.H. Benari Hans Besenried Ein Spielmann sang 1890 Ernst von Wollzogen Erfetog Gryffert Eine nervöse Geschichte in Versen 1894 Alexander Ullender Freund Allers Werke Punkt 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 Ausstellungen und Museen Nach Allers Tod fand im September 1916 eine Nachlassausstellung im Hamburger Kunsthaus Louisburg und M. P. Sohn statt. Im Jahre 1957 führte das Altonaer Museum eine Einzelausstellung durch. 1969 veröffentlichte die Deutsche Bundespost Berlin eine Markenserie, die drei Motive von Allers enthält. In der Gegenwart sind Drucke im Maritimen Zusammenhang im Internationalen Maritimen Museum Hamburg und im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven ausgestellt. Originale sind in den Sammlungen des Altonaer Museums und der Hamburger Kunsthalle verzeichnet. Auch das Klaus-Grupp-Museum in Heide zeigt einige Skizzen und Drücke. Vom 14. März 2013 bis 29. September 2013 zeigte das Museum Obere Saline in Bad Kissingen eine Allers Ausstellung. Das Klaus-Grupp-Museum in Bad Kissingen